Seit dem 27. Februar 2016 mache ich ihn schon fast täglich. Hauptsächlich Nintendo Let's Plays, aber auch anderen Stuff auf meinem sehr, sehr kleinen YouTube-Kanal namens Zweckwurst-LP. Der Körper lebt noch, der Körper lebt noch, der Körper lebt noch, der Körper lebt noch, der Körper lebt noch. Der Mensch ist keine Nummer. Prinzessinnen mit Sternen darf man nicht umbringen. Ja, gut, ähm, da bin ich genau der Falsche dafür. Hm, 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 das brauchen wir noch so inter- So fucking famous, selbst der Taxi-Fahrer kennt mich. Every day is hot a day. Every day is hot a day. Oh. Du reist durch eine andere Dimension. Eine Dimension, die nicht nur von Freaks und Geeks, sondern auch von einem Zwerg namens Carlos bewohnt wird. Ja, wenn sich das nicht lohnt, wenn das nicht Spaß machen wird. Vielen Dank, nimm dieses Pokémon hier. Erst Dankeschön. Zwege erhält Labras. No whisk, no fun. Jetzt Prüfung beginnt. Verlasse diesen Ort, so schnell du kannst. Die Prüfung ist vorüber. Oh mein Gott. Direkt mal in den Abgrund. Ja, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eggladum. Eggladum. Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eggladum. Meine Damen und Herren, willkommen zu einem neuen Netzplay auf meinem YouTube-Kanal. Aber zu einem first LP. Zu Netzplay Super Mario Odyssey. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eggladum. Zu Netzplay Pokémon, die nächste neuen Dungeon, der Dr. Team und die X. Wir stehen pro die Einheit. Willkommen nach rechts, wenn du somebody. Mit dem Chaos primordial, dein Kind. Willkommen nach oben, in die Krebs und Eggladum. Begrüßt, meine lieben Zwerge. And das alle, gleichend, mach 880. Gegrüßt bei Deponia auf 2.0. Frust LP. Let's play. Jetzt. Hier. zu sehen bei zwergen so weit so und klar